So, also, auch diese Anstrengung ist gemeistert worden. Ja, also ich bin jetzt eigentlich so auf dem fast höchsten Punkt des heutigen Tages. Vielleicht hat es ganz in Tracks angelangt und zwar, wir waren eben noch da oben, da ist es knapp unterhalb des sogenannten Pico Tourista, ein kleiner Gipfel. Und von hier wird es natürlich ein 63 Grad spektakulär. Ich würde euch jetzt gerne noch mal zeigen, wenn ihr hier auch mal ein Gefühl dafür bekommt. Weil es einfach so spektakulär ist, werde ich es noch einfach mal tun. Und zwar, ja, da ist Pierre, wartet drauf, dass wir weitergehen können. Wir sind von hier unten gekommen. Und wir können jetzt zu... Hier rechts ins Bild kommt jetzt am Rand oben der Tronador, habe ich euch schon gezeigt. Ziemlich vestibulärer Berg. Ja, gleich links ins Bild. Und da sind wir jetzt in Tracks angelangt. Das sind wir jetzt gefahren. Das war so. In Chile. Ja, und hier auf jeden Fall haben wir noch den Pico Tourista, auf dem wir gerade hinzufahren. Und jetzt, last but not least, zu unserer rechten. Also mal ein wahnsinnsferen Blick. Und dann ist das der Lake District und das Seengebiet. Also die Region rund um Bariloche mit etlichen wunderschönen, wunderschön klaren Seen vor allem. Mit Lachs und Forelle und allen Leckereien bestückt. Ja, und da am rechten Ende vom Lake District kann man das so ein bisschen erahnen. Das ist eine größere Stadt. Das ist Bariloche. Ja, also auf jeden Fall ein perfekter Ort, um hier in die Region der Bergkrieg zu starten. Und ja, und das ist auch mein heutiges Ziel. Dazu müssen wir jetzt noch irgendwo da. Wir haben jetzt noch drei Stunden Zeit. Das sollten wir eigentlich ganz möglich schaffen. Ja, das war, das war das spektakuläre Ende der Nurel Ruppi Traverse. Wo wir leider nicht ganz machen konnten, wegen dem einen Teilstück. Aber trotzdem vier Tage spektakulärstes Bergwandern. Und ja, teilweise auch recht spektakuläre Abschnitte dabei zum Hochklettern oder Runterkraxeln. Mal sehen, wie es jetzt rumgegeht. Sieht recht steil aus. Ja, aber auch das ist zu meistern. Und heute Abend ist es Samstag. Heute Abend ist in Bariloche erstmal Rambuzambo angesagt. Gut. Sorry, das ist die Höhenluft. Also gut, ich sag tschüss. Und bei der GullerTV